hallo liebe musical freunde in diesem harten jahr wo wir uns nicht sehen können möchte ich trotzdem eine schöne weihnachtszeit wünschen bleibt gesund und ich wünsche euch einen guten rutsch wenn es was neues gibt auf diesem kanal dann werden wir uns im januar wieder bei euch melden eine zwischenfrage noch eine frage den schwenkler welches jahr haben wir dann gleich wieder 21 weihnacht und guten rutsch ja hallo liebe musik noch mal